Willkommen zu einem neuen Video die Sims uns bringt fehlt, das ist wie war, der hat es so an, 72% ich muss es noch, noch demnächst mit aufladen, machen wir, du gehst eh nach oben, um immer zwei Sachen aufzunehmen, vier oder fünf, keine Ahnung, fünf, 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 und du brauchst auf Platz drei, los, ich hab kein Bock auf jeden Jump, deswegen hab ich wirklich so ein Spiel, ihr habt ja gesehen, nur 30 Sekunden Video von dem Spiel, weil ich keinen Bock hatte, na Bessie ich hab ja so wenige Kinder, da ist das ... ... Oh, already he did! Mr. Burns forever! Hey, I'm useful! When I grow up, I want to be a master! Or a caterpillar! Destroy them! I'm just going to make my way to come and see you, Mr. Burns! That's some fine job doing! Ah, good one! The food! No! No! Huh? It's better than my normal cell! Let's roll, boys! The people have spoken! I can just start one of them! Do you know what? I don't know what's going on! Oh, super! This is a gross misuse of school property! My new tutorials! They're fucked up! Don't touch me, please! I'm mad as hell! Excellent! Ah! Oh! This is better than complaining! Oh! Good job! My parents will be so proud! Look at me! No, 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 no! No, no! It's gone! It's gone! It's gone! Ich hab' meine Mutter mit mir gefeiert! Neh' mal zu unseren Nachbarn! Ne, ich schon wieder hin darf! Aktion! Ah, okay, da können wir ja, aber die Beise kommt noch weiter. Was ist denn, was wird denn? Oh, was ist denn aufgenommen? Wie war ich hier? Ich beobachte den Menschen, wie will ich das nehmen? Ich gehe einfach wieder drauf. Ich hoffe, ihr habt das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.